Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade aufgestanden und bin hier schon am Videos schneiden fleißig. Und schaut mal, die sind so süße Kinder. Hallo! Die sind so süß. Und ja, gestern Abend war hier im Hostel noch was los, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier war so eine Ladyboy Comedy Night. Davon zeige ich euch jetzt mal ein paar Ausschnitte, weil ich habe gestern nämlich nicht gevloggt, weil ich auch gestern den ganzen Tag Video geschnitten habe. Oh, so süß. Schaut mal. Ich habe den ganzen Tag nichts gefilmt und wir schauen gerade so eine Show an von so Ladyboys hier im Hostel zum zweijährigen Jubiläum. Was sehr lustig ist. Hello, good evening everyone and welcome to the second year anniversary of Palapasquabachat Inn. Palapasquabachat Inn. Palapasquabachat Inn. Palapasquabachat Inn. Palapasquabachat Inn. Du weh, ich bin froh, da bin ich Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh Ich habe jetzt einen kleinen Plan gemacht, was ich die nächsten Tage noch so mache oder die nächsten Wochen. Und zwar habe ich in Schergaro ein paar richtig coole Einheimische kennengelernt und die haben mich eingeladen, sie besuchen zu kommen in Mindanao. Da soll man ja anscheinend auch nicht hinfahren, aber ich gehe nur in den Norden von Mindanao. Also macht euch keine Sorgen, es wird schon alles gut gehen. Ja, ich bin gespannt, mal wieder mit Einheimischen reisen, wird bestimmt richtig cool. Und ja, wir gehen ein bisschen tracken zu so Wasserfällen und so. Und ja, morgen nehme ich auch schon einen Flug von Cebu runter nach Mindanao. Ja, und ich würde sagen, ich filme jetzt heute hier ja gar nicht mehr so viel, weil ich habe auch gar nichts geplant. Ich mache noch voll viel Sachfertig, auch für die ITB noch ein paar Sachen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen im Flugzeug, wenn es nach Mindanao geht, Leute. Leute, eigentlich wollte ich ja erst filmen, wenn ich im Flugzeug sitze, aber schaut mal. Wir hatten gerade einen Unfall. Krass. Wir sind hier mit dem Van unterwegs, zurück nach Cebu City. Und ja, uns ist gerade ein LKW hier in die Seite reingebrettert. War ganz schön krass. Ich hoffe, ich kriege meinen Flug noch. Eigentlich wollte ich ja erst wieder filmen, wenn ich im Flugzeug sitze, aber schaut mal. Ja, wir sitzen gerade in dem Van und wir hatten gerade einen fetten Unfall und es ist gerade ein LKW ins Auto reingefahren. Richtig krass. Ich hoffe, ich kriege mein Flugzeug noch, weil es geht in ein paar Stunden und ja, ein bisschen scheiße. Der Truck hier ist gerade in uns reingefahren, aber irgendwie, man sieht gar nichts. Nur an unserem Auto irgendwie. Aber schon krass. Ich glaube, der ist irgendwie hinten oder so hängen geblieben. Ja, hier wahrscheinlich. Keine Ahnung. War auf jeden Fall ganz schön krass. Hat gut gerumst im Auto. Ich habe mich auch mega erschrocken. Mein Herz hat kurz mal gepumpt. Ich hoffe, dass der Van uns irgendwie trotzdem noch nach Cebu bringt. Bin ich mal gespannt. Ja, und die Gaffer sind natürlich auch vertreten. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Der Polizist hat jetzt gerade hier mit dem Stein irgendwas markiert, wo das Auto gestanden ist und so. Ja. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, aber ich mache mir gerade irgendwie Sorgen um meinen Flug. Ich würde den schon noch gerne kriegen. Wir sind jetzt wieder im Van und warten mal darauf, was jetzt passiert. Hoffentlich kriegen wir irgendeinen anderen Van, aber der eine hat gerade hier vorne irgendwie Kabelbinder rausgeholt aus dem Handschuhfach. Vielleicht tun die auch vorne die Verkleidung einfach wieder dranhauen und dann fahren wir weiter. Ich bin mal gespannt, wie die das jetzt hier lösen, das Problemchen. Die Polizei macht da hinten jetzt gerade eine Zeugenbefragung. Wenn die fertig sind, dann werden noch ein paar Bilder geschossen. Und dann fahren wir anscheinend auch schon weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir auch mit diesem Auto weiterfahren. Wäre irgendwie schon lustig, weil da vorne steht schon alles relativ gut ab. Es ist mittlerweile schon eine Stunde später und wir warten immer noch. Ist ganz schön langweilig irgendwie. Okay, naja, aber ich denke mal, ich bekomme mal einen Flug schon noch. Schauen wir mal. Und hier ist alles voll mit Polizei und das Lustige ist, wir standen im Stau, weil hier vorne vorhin schon mal ein Unfall war. Und ja, unser Fahrer meinte dann, er will am Stau seitlich vorbeifahren. Und dann kam auf einmal dieser LKW auf der linken Spur und ja, unser Fahrer ist da natürlich voll reingezogen. Ich bin mal gespannt, wer jetzt nachher eigentlich die Schuld an dem Unfall hier bekommt. Also eigentlich müsste unser Fahrer schuld gewesen sein, aber der LKW hätte eigentlich auch nicht auf der linken Spur fahren sollen. Also, schwierige Angelegenheit, du. Ja, die Jungs sind jetzt hier am Reparieren. Schaut mal, ist alles wieder zurückgepoben. Jetzt gehen wir mal kurz zur Seite. Ja, Kabelbinder forever. MacGyver. Das war der Unfall, wegen dem wir im Stau standen. Und wir bewegen uns endlich wieder Richtung Flughafen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich im Flugzeug sitze, Leute. Ich habe es geschafft, ich bin im Flugzeug, Leute. Und es ist kein einziger Tourist in diesem ganzen Flugzeug. Und ich habe Exit Row. Richtig cool. Ich bin mal gespannt, wie Mindenau so wird. Und ich habe richtig cool Beinfreiheit am Start. Und naja, das Fenster ist ein bisschen arg dreckig. Aber sonst geht's. Und heute treffe ich auch schon meine Kumpels. Wow. Jetzt hatte ich fast meine Brille verloren. Und jetztれる Izoo. Ich bin ein Fahrer. Ich bin ein Fahrer. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt bin ich in Laguindian oder irgendwie sowas. Das ist ein ganz komischer Name, den kann ich gar nicht aussprechen. Und ja, jetzt muss ich gleich mal mein Gepäck holen und dann muss ich mal schauen, dass ich irgendwie nach Cagaya de la Oro komme oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, Ian, Lindanao sind die Namen alle ganz, ganz komisch. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich gleich mein Gepäck bekomme und dann brauche ich irgendeinen Transfer in die nächstgrößere Stadt, um meine Kumpels zu treffen. Ja, ich bin mal gespannt. Lindanao war ich noch nie. Das ist bestimmt richtig cool. Ich bin echt aufgeregt. Ich fahre jetzt mit dem Magnum Express nach Cagayan de Oro oder irgendwie sowas. Ich bin angekommen und ich habe auch schon meine local Freundin hier getroffen, die Lala. Hallo. Und wir gehen jetzt zu Dekai Saga und schauen mal, was hier so geht. Und wir gehen jetzt zu Dekai Saga. Guten Morgen Leute, ich bin gestern einfach komplett weggepennt und schaut mal, ich habe mir ein richtig cooles Airbnb gemietet für ein paar Tage, weil ich noch voll viel Airbnb-Credit hatte. Und jetzt fahre ich gleich in die Stadt mit dem Taxi. Dann treffe ich Lala und wir fahren zu so Cold Pools oder irgendwie sowas. Cold Springs? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Sie führt mich hier ein bisschen rum. Und Lindanao ist komplett anders, wie ich dachte. Und die Spenden, die erwähne ich im nächsten Video. Ja und ich muss jetzt packen. Es geht nämlich jetzt schon los. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Einschalten Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.